Die innere Stimme, Kapitel 41, Zeit und Gegenwart. Seid erneut gegrüßt, ich bin Joshua. Ich komme heute, um meine Besprechung von Ein Kurs in Wundern mit der fortzusetzen. Du, das echte Du, Geist, Sohn Gottes, bist ewig. Die Wirklichkeit dessen, was du bist, hat kein Ende. Oder in deinen Worten, du wirst ewig leben. Hörst du nicht, dass selbst das Wort ewig und das Wort für immer von Zeit sprechen? Aber du kannst dich nicht von der tiefen inneren Erkenntnis befreien, dass du einfach existierst, dass du nicht stirbst und nicht sterben kannst. Dennoch, hier in der Welt der Illusion, siehst du dich selbst als getrennt. Trennung verlangt nach Angriff. Angriff verlangt nach Missbilligung. Und Missbilligung und ihr Urteil verlangen nach der Vergangenheit. Denn sie verlangen danach, dass jemand oder etwas dich zu dem gemacht hast, was du bist. Einerseits glaubst du, in Klammern, weil es wahr ist, Klammer zu, dass du ewig lebst. Andererseits glaubst du an die Zeit. Denn Zeit ist der Glaube, dass Ursache und Wirkung getrennt sind. Auch ist es die Zeit, die dir erlaubt zu glauben, dass du überhaupt getrennt sein kannst. Dein Glaube an Zeit ermöglicht dir vieles. Die Zeit ist es, die dir gestattet zu glauben, dass die Wirkung, die du bist, von deiner Ursache getrennt ist. Schließlich ist Gott die Ursache und die Wirkung bist du, der Sohn Gottes. In Wirklichkeit gibt es keine Trennung zwischen dir und Gott, zwischen deinem Willen und dem Willen Gottes, zwischen dem, was du bist und dem, was du warst oder dem, was du im Sinne deiner Zeit werden wirst. In Wirklichkeit gibt es keine Trennung. Aber es ist der Glaube an die Trennung von Ursache und Wirkung, der es dir erlaubt zu glauben, dass es Trennung überhaupt geben kann, dass du ein getrenntes Wesen sein kannst, isoliert und allein. In deinem Wahnsinn glaubst du wirklich, dass isoliert und allein zu sein dir Freude bereitet. Wie absurd, wenn ich es dir so erkläre, kannst du das auch in diesem Augenblick sehen, nicht wahr? Die Zeit dient noch einer anderen Aufgabe. Die Zeit ist es, die dir erlaubt, innerhalb der Zeit zu glauben, dass du unsterblich bist. Diese Wahrheit kennst du bereits im Grunde deines Wesens. Das ist eine der Aufgaben der Zeit, wie du sie geschaffen hast. Du glaubst, dass die Vergangenheit die Ursache ist, die sich in diesem Moment zur Wirkung bringt. Damit kann dieser Moment zu nichts anderem dienen, als dich von der Vergangenheit zur Zukunft zu führen. So ist dieser Augenblick jetzt nichts weiter als ein Übergang zwischen Vergangenheit und Zukunft. Denn die Vergangenheit hat dich zu dem gemacht, was du bist und zu dem, was du werden wirst. Hörst du die Worte der Zukunft? Was bedeutet das jetzt für dich? Das verschafft dir ein Gefühl von Kontinuität. Es erlaubt dir, innerhalb der Zeit zu glauben, dass du existieren wirst. Wenn ich dir sage, dass Zeit nur eine Illusion ist, die vergehen wird, ist das für dich mit deinem denkenden Geist so schwer zu begreifen. Diese Schwierigkeit, das Ende der Zeit zu verstehen, ist Teil deines Plans dieser Welt. Denn wenn du das Ende der Zeit begreifen könntest, dann könntest du auch begreifen, was es heißt, aufzuhören zu existieren. Wenn dich nämlich die Vergangenheit in die Zukunft führt, was du glaubst, und die Zukunft plötzlich nicht mehr existiert, was soll dann aus dir werden? Kannst du das nachvollziehen? Deshalb ist eine der Aufgaben der Zeit, wie du sie wahrnimmst, dich glauben zu lassen, dass du ewig leben wirst. Wenn auch Körper zu sterben scheinen, kannst du dich nicht davon befreien, zu glauben, dass du auf irgendeine Weise weiter existierst. Nun sprach ich früher mehrfach mit dir über Liebe und Angst. Ich sagte dir, dass Liebe in ihrer Essenz unveränderlich ist. Liebe wird ausgetauscht. Liebe wird gegeben und empfangen und sie wächst. Liebe wird durch das Geben und Empfangen erweitert. Die Essenz der Liebe ist aber unveränderlich. Wenn du das Wort unveränderlich hörst, was musst du dann empfinden? Du musst eine Ahnung der Ewigkeit empfinden. Denn wenn sich Liebe nicht verändern kann, kann sie offensichtlich auch nicht sterben. Wenn du Liebe bist, wenn die Wirklichkeit dessen, was du bist, weder Form und Körper hat, noch männlich und weiblich ist, noch Raum und Zeit, sondern einfach die Liebe ist, dann folgt daraus natürlich, dass du unveränderlich und ewig bist und nicht sterben kannst. Ach, aber es gibt zwei Emotionen, erinnerst du dich? Liebe und Angst. Angst ist buchstäblich der Grundbaustein dieser ganzen Welt, die du siehst. Dies erklärte ich dir auch schon früher. Denn in deiner Angst, die aus deinem Glauben an Trennung heraus entstehen muss, in deiner Angst siehst du eine Welt, siehst du von dir getrennte Wesen. In deiner Angst siehst du eine Welt, die aus ihrer Vergangen heraus bestimmt, was du bist. Du siehst Brüder, die die Ursache deines Elends und deiner Traurigkeit sind und auch die Ursache deiner Freude und deiner Liebe, wie du sie hier zu erfahren scheinst. Denn du nimmst alles, was dir geschieht, alles, was du erfährst, so wahr, als sei es durch jemand anderen oder durch etwas anderes verursacht worden. Das entsteht durch deinen Glauben an Trennung. Es ist buchstäblich diese Angst, die die Welt, die du siehst, entstehen ließ. In einem gewissen Sinn glaubst du, dass die Welt, die du siehst, ewig ist. Fällt dir die Vorstellung, ohne Körper ewig zu leben, nicht schwer? Denken die meisten von euch nicht irgendwann in ihrem Leben an ein Leben nach dem Tod, in dem es Körper gibt und an dieselbe Form von Raum und Zeit, an die du gewohnt bist? Natürlich tust du das. Und Gott ist für viele von euch der alte Mann mit dem langen, grauen Bart, der im Himmel auf dem Thron sitzt. Alles nur, weil du die Quelle deiner Angst nicht so leicht loslassen kannst. Die Projektion eines Körpers auf Gott entsteht durch deine Angst. Aber ich sagte dir immer und immer wieder, dass Gott Geist ist und nichts anderes. Wenn nun die Liebe unveränderlich ist, was wäre, wenn du deine Welt durch die Augen der Liebe sehen könntest? Könntest du dann verstehen, dass Ewigkeit und ewiges Leben ist, ohne glauben zu müssen, dass die Vergangenheit die Ursache dieses Moments der Gegenwart und letztendlich die Ursache der Zukunft ist, die die noch zu werdende Gegenwart ist? Erinnere dich an die beiden Emotionen Liebe und Angst. Gut, du machst es so. Du betrachtest sie als Gegenteil dessen, was sie eigentlich sind. Du schaust auf Angst und nennst es Liebe. Du schaust auf Liebe und siehst sie durch die Augen der Angst. Aber wenn du auf Angst schaust und sie Liebe nennst, was geschieht dann? Erinnere dich an das, was ich dir heute erklärte. Angst ist letztendlich das, was für dich definiert, was du bist. Und schließlich ist es deine Angst innerhalb von Raum und Zeit, die dir verspricht, dass du ewig lebst. Darauf reagierst du, wenn auch halbherzig. Du reagierst darauf, indem du versuchst, dankbar zu sein. Denn wenn deine Angst dir das Versprechen der Ewigkeit macht und du somit weißt, dass du ewig lebst, musst du dem dankbar sein, der dir die Ewigkeit verspricht, selbst wenn es sich um ein Versprechen ewiger Bestrafung handelt. Und diesen Glauben haben viele von euch. Wenn du auf Liebe siehst und sie Angst nennst, was geschieht dann? Wenn Liebe unveränderlich ist, kann Liebe keine Vergangenheit haben und hat sie auch nicht. Liebe hat und kann keine Zukunft haben. Wenn du auf Liebe schaust, wenn du dich der Liebe öffnest, wirst du erkennen, dass du einfach bist. Wenn du Liebe siehst, gibt es keine Vergangenheit. Es kann keine Trennung von Ursache und Wirkung geben. Darum kann es keine Zeit geben. Du bist daran gewöhnt zu fragen, hat Gott immer existiert? Wird Gott ewig existieren? Das sind die Fragen deiner Zeit und deiner Angst. Es gibt nur eine Antwort. Gott ist. Und weil Gott Liebe ist, ist Liebe. Und weil du auch Liebe und der Sohn Gottes bist, bist du einfach. Kannst du die Gegenwart der Liebe hier in deiner Welt finden? Oder, wie ich es ausgedrückt habe, kannst du die Gegenwart finden? Kannst du die Gegenwart begreifen als das, was einfach existiert? Gibt es einen Ort, wo du Leben und die Unveränderlichkeit der Liebe und deine eigene und die Gottes und die deines Bruders erfahren kannst? Ist das möglich? Und wenn es möglich ist, kann dich das von der Angst befreien, die für dich deine Trennung und deine Vergangenheit definiert? Die Antwort ist, du kannst das wirklich. Wie findest du dann zur Gegenwart? Du schaust einfach auf deine Welt, auf deinen Bruder und auf dich selbst. Ohne eine Vergangenheit. Ohne eine Vergangenheit, fragst du? Das erscheint dir sogar noch verrückter zu sein, als diese Welt der Illusion, die ich beschreibe und von der ich sage, dass sie wahnsinnig ist. Denn wie kannst du auf deine Welt blicken ohne eine Vergangenheit? Sollst du unfähig werden, dich an deinen eigenen Namen zu erinnern? Sollst du unfähig werden, dich daran zu erinnern, wie man isst und schläft und redet? Sollst du unfähig werden, dich daran zu erinnern, wo dein Zuhause ist? Sollst du unfähig werden, dich an deine Freunde und deine Lieben und an deine Familie zu erinnern? Glaubst du, dass ich dir das damit sagen will? Und die Antwort ist letztendlich Nein, gewiss nicht. Denn mir ist vollkommen klar, dass du Raum und Zeit und die Illusionen, die du deinen Körper und deine Welt nennst, gewählt hast. Heimat, Städte und Autos, den Himmel, den Wind, das Wetter, Essen und alles Übrige. Du hast diese als Mittel gewählt. Hör mir aufmerksam zu, durch welches du lernen kannst, Liebe zu erfahren. Ich verspreche dir, dass es absolut nichts in deiner Welt gibt, dass du nichts als Liebe erfahren kannst, wenn du es wählst. Das ist ganz einfach gesagt der Schlüssel, um die Gegenwart zu finden. Wenn du dich und deine Brüder mit den Augen der Angst betrachtest, siehst du, dass sie dich zu dem gemacht haben, was du bist. Du siehst, dass du dich verteidigen musst, damit sie dich nicht in deiner Zukunft zu jemandem machen, der dir nicht gefällt oder der du nicht zu sein wünschst. Du betrachtest deine Brüder zusammen mit ihrer Vergangenheit, die sie zu dem geformt hat, was sie gegenwärtig sind. Es gibt keine Vergangenheit, die nicht das beinhaltet, was du als unerwünscht erachtest. Auf diese Weise bringt jeder Bruder, genau wie du, das in diesem Moment, im Sinne deiner Zeit hinein, was du als unerwünscht bezeichnest und wovor du dich verteidigst, was genau dasselbe wie Angriff ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen Verteidigung und Angriff. Lass dich nicht täuschen in diesem Punkt. Wie kannst du deine eigene Vergangenheit und die Vergangenheit deines Bruders loslassen? Es ist wirklich sehr einfach. Wähle einfach Liebe statt Angst. Angst zu wählen, bedeutet, die Vergangenheit zu wählen. Eine Vergangenheit, die dir das gibt, wovor du dich verteidigen musst. Was wäre aber, wenn du Liebe wählst? Die Liebe, die unveränderlich ist. Erinnere dich daran, dass es die Unveränderlichkeit der Liebe ist, die dein Fortbestehen, deine Ewigkeit absichert. Die Tatsache, dass du über die Zeit hinaus ewig bist. Was ist, wenn du Liebe wählst? Und wie tust du das? Einfach, indem du es tust, indem du Liebe wählst. Das ist alles. Was ist notwendig, um Liebe zu wählen? Du erinnerst dich einfach an das, was ich dir sagte. Liebe ist alles, was es gibt. Es gibt nichts, was der Sohn Gottes geben kann, außer Liebe. Es gibt nichts, was der Sohn Gottes empfangen kann, außer Liebe. Denn Liebe ist alles, was es gibt. Was wäre also, wenn du diesen Zeitpunkt wählst und du ab jetzt dein Wesen für die Gegenwart der Liebe öffnest? Das bedeutet dieses. Wie wäre es, wenn du wählst, jeden Augenblick, jeden Umstand, jedes einzelne Ereignis in deinem Leben ohne Ausnahme als eine Handlung der Liebe, ein Geschenk der Liebe und als die Gegenwart der Liebe zu betrachten? Was wäre, wenn du ungeachtet der Form die Gegenwart deines Bruders in deinem Leben als eine Handlung der Liebe ansiehst? Ungeachtet der Form. Ich sage dir, das ist vollkommen möglich. Du kannst hier die wahre Welt sehen. Das ist die Sicht des Christus, die Sicht des Heiligen Geistes. Und das wird deine Sicht werden, wenn du wählst, dich ihr zu öffnen. Dazu ist die Wahl erforderlich, jeden Umstand als das Geschenk und als die Handlung, als die Gegenwart der Liebe zu sehen, was es ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, deinen Bruder, deine Schwester, dein Leben und dich selbst im Licht zu sehen. diese Sicht erfordert Licht. Diese Sicht erfordert nicht das Sehen von schemenhaften Figuren aus der Vergangenheit, die zu kommen oder zu gehen scheinen und das verursachen, was du bist. Denn alles dies ist deine Angst von dir gewählt und auf das Bild deines eigenen Lebens projiziert. Wenn du auf dich als das Licht schaust, das du bist und dieses Licht auf deine Brüder, deine Schwestern und auf dein Leben ausdehnst, dann wird alles, was du siehst, Liebe sein. Immer. Der Weg, die Wirklichkeit zu sehen, der Weg, hier wahrhaftig wahrzunehmen, ist, auf alles durch das Gewahrsein deiner eigenen Wirklichkeit zu schauen, die in einfachster Form die Gegenwart des Lichts, die Gegenwart der Liebe ist. Ich sage dir also heute, dass du kein Gefangener der Zeit bist. Dein Glaube an eine Zeit, die aus der Vergangenheit durch den Übergang der Gegenwart in die Zukunft zu fließen scheint und die scheinbar garantiert, dass du ewig lebst, ist nur das, was dich in deiner Angst gefangen hält. Wenn du die Angst loslässt und die Funktion der Angst in der Zeit, während du dich der Liebe und ihrer Unveränderlichkeit öffnest, wird die Ewigkeit, Ewigkeit, wie sie tatsächlich existiert, zu deinem Geschenk, das dir durch die Gegenwart des Lichts und die Gegenwart der Liebe gebracht wurde. Alles, was nötig ist, um das zu erfahren, ist, dass du dich ihrer Gegenwart öffnest, in dir selbst und in deinen Brüdern. Es gibt in der Schöpfung nichts außer Liebe. Kein Geschenk, das gegeben werden kann, das nicht Liebe ist. Kein Geschenk, das empfangen werden kann, das nicht Liebe ist. Kein Geschenk irgendwelcher Art, das gegeben oder empfangen werden kann, dass du nicht letztendlich selber bist, das nur eine Spiegelung des Lichts der Welt ist. Denn das ist es, was du als Sohn Gottes bist und was du im Sinne deiner Zeit immer sein wirst. Seid alle gesegnet, das ist alles. und was du ja ja jetzt